Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt pH-Wert von Salzlösungen. Der Film gehört zur Reihe Säuren und Basen. Als Vorkenntnisse solltet ihr bereits fundiertes Wissen über Säuren, Base und Salze mitbringen. Die Begriffe pH-Wert, Neutralisation und Dissoziation sollten euch bekannt sein. Ich möchte euch zeigen, dass es neutrale, saure und basische Salze gibt. Das Video ist in 4 Abschnitte unterteilt. 1. Neutrale Lösungen 2. Unterschiedliches Verhalten 3. Beispiele 4. Zusammenfassung 1. Neutrale Lösungen Erinnert euch bitte an die Neutralisation von Salzsäure und Natronlauge. HCl reagiert mit NaOH zu NaCl, das ist Natriumchlorid, und zu Wasser H2O. Salzsäure ist eine starke Säure. Natronlauge ist eine starke Base. Das entstandene Salz, Natriumchlorid, ist ein neutrales Salz. Von Wasser wissen wir, dass es ohnehin neutral ist. Wir halten fest. Die Neutralisation starker Säuren mit Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com